Ich wünsche allen Betroffenen, die reden hier von etwa 6.000 Menschen, bei einer Stadt von rund 50.000 Einwohnern, von Herzen, dass sie viel Kraft haben in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen und Monaten beim Wiederaufbau ihrer Wohnungen und bei der Zurückkehr in ihre Ortsteile. Ich bin zutiefst betroffen und ich möchte hier ganz deutlich mein Mitgefühl ausdrücken. Ich darf Ihnen sagen, dass wir hier mit aller Kraft daran arbeiten, rund um die Kur Ihnen hier Hilfestellung anzubieten und unmittelokratisch auf finanzielle Hilfe zu gehen. Unser Krisenstab wurde unmittelbar eingerichtet und ich bin überaus dankbar, dass wir bundesweit Unterstützung erhalten haben. Es sind sechs Rettungshubschrauber im Einsatz, 35 Rettungsboote aus dem ganzen Bundesgebiet, die uns hier vor Ort unterstützen. Und so wird es jetzt in den nächsten Tagen erforderlich sein, die Infrastruktur wieder aufzubauen, den Verkehrsinfarkt, den wir zwischen unseren beiden großen Ortsteilen Lächelnich und Lippler hatten, jetzt wieder herzustellen und aufzulösen, sodass wir auch die Nahversorgung der Evakuierten sicherstellen können. Wir haben immer noch in unseren beiden Unterkünften viele hundert Menschen untergebracht, die unsere Unterstützung benötigen. Und ich danke auch ganz ausdrücklich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sofort ihre Hilfe angeboten haben, Unterkünfte bereitgestellt haben und einfach für uns da sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.